Ich habe mir jetzt gerade gedacht, okay, man könnte darüber sprechen über Inhaltliches, also zum Beispiel Fortbildungsweise, ob man das vielleicht irgendwie für Fortbildung nutzen kann, was mich wieder halt so ein bisschen zu diesen Qualitäts- und Standardkriterien bringt, die man vielleicht als Verein zum Beispiel in dem Umgang mit den Schülern in dem Fall sieht, dass man daran vielleicht arbeiten möchte. Also das wäre wirklich jetzt das Sinnvollste, was mir auf dieser Ecke jetzt gerade noch einfällt, weil was für einen Nutzen könnte ich haben, oder natürlich in so eine gewisse Art von Fallsupervision einzusteigen und zu sagen, okay, ich habe dieses und jene Thema, hat das jemand anderer auch schon mal gehabt und wie würdet ihr das sehen, gibt es da vielleicht Tipps oder Tricks? Also so sozusagen, dann wäre es aber eigentlich keine Supervision, sondern mehr so eine Intervision, also untergleichen sich auszutauschen über Dinge, die in der Arbeit passieren, wo man eben Input braucht. Das wäre vielleicht auch noch ein sehr schöner Grund, warum man das tun könnte. Dafür muss man aber natürlich den Rahmen entsprechend setzen und Möglichkeiten schaffen. Ich meine, wo wir wieder zurückkommen, für zu vertrauen natürlich auf der anderen Seite.